Das Tournee-Programm der AVB hebt sich von all den anderen Programmen besonders darin ab, dass du es aktiv mitgestalten kannst. Es gibt keinen Standard. Du erstellst zusammen mit deiner Führungskraft einen individuellen Rotationsplan, in dem du selber entscheiden kannst, welche Divisionen und Bereiche du dir gerne anschauen würdest. Dementsprechend musst du aber auch proaktiv sein und Eigeninitiative zeigen. Aus eigener Erfahrung kann ich aber sagen, dass du belohnt wirst. Und zwar mit Verantwortung ab Tag 1, einem Programm, das genau auf dich zugeschnitten ist und einem Riesennetzwerk. Flexibel ist man auch beim Eintrittsdatum. Dabei kannst du dich entscheiden zwischen dem national ausgerichteten Trainee-Programm in den Divisionen, bei dem du ganz flexibel an jedem Monatsersten einstellen kannst, oder dem internationalen Programm Impact, das einmal im Jahr startet.